nicht der weisheit letzter schluss diese ausgabe ist mal wieder eine retro ausgabe es geht dieses mal um dos box x das ist eine emulation software für alte rechner hardware für alte pc rechner hardware so dass man da drin das spiele spielen kann unter anderem könnt ihr mit dos box x auch 3dfx voodoo karten emulieren das waren relativ frühe 3d beschleuniger karten mit denen man unter dos schon 3d spiele spielen konnte die hardware beschleunigt waren also durchaus eine interessante sache und ein bisschen hintergründe dazu und wie das ganze funktioniert gucken wir uns mal an wie ich das bei meinen videos eigentlich immer so mache recherchieren bisschen drumherum denn obwohl ich theoretisch in diese zeit falle habe ich so eine 3dfx voodoo karten die in der hand gehabt also ich habe es zwar mal bei freunden gesehen dass es sowas gibt und damals war ich sehr beeindruckt davon diese firma 3dfx ist dann relativ schnell auch wieder in der versenkung verschwunden und gefühlsmäßig für mich bleibt da sonnen so ein gedanke daran ach meine güte wie cool war das damals hätte ich vielleicht gerne gehabt aber habe ich nicht gehabt und darum habe ich jetzt noch mal geguckt was das so gewesen ist also so ein bisschen zu der firma also die firma 3dfx interactive wurde 1994 gegründet und die stellte als eine der ersten hersteller 3d beschleuniger karten her da gab es noch eine ganze serie die voodoo hieß also so eine ganze beschleuniger karten serie und die konnte keine 2d funktion jedenfalls anfänglich nicht man brauchte also eine normale 2d grafikkarte im rechner also so eine steckkarte wirklich und dann kamen diese voodoo karte noch dazu und die beiden wurden mit einem vga durchschleifkabel verbunden immer dann wenn irgendein spiel gestartet wurde was diese fähigkeiten von dieser voodoo karte ausgenutzt hatte wurde umgeschaltet so dass denn die 3d karte den inhalt auf den monitor gebracht hat und die 2d karte ja nicht mehr quasi nicht mehr zu sehen war also ist man hatte zwei karten weil es diese kombination mit 2d und 3d fähigkeiten am anfang nicht gab das kam ein bisschen später das war 1998 die ist das ding voodoo benji da war denn das beides kombiniert mit dabei wenn ihr euch müssen genauer das angucken wollt dann könnt ihr es natürlich auch machen einmal hier ist der link zum wikipedia artikel und wenn ihr die folien euch anguckt ist alles unten verlinkt in der beschreibung zum video dann ist unter diesen blauen abschnitten hier auch der link zu den einzelnen artikeln man konnte diese voodoo karten ab der version 2 sogar miteinander koppeln und dann haben die sich die aufgaben geteilt also man konnte das so machen bei einigen spielen also wie gesagt ich hab's nie in hand gehabt das steht aber im artikel drin man konnte damit entweder die render auflösung deutlich erhöhen auf 4024 768 pixel war für die damalige zeit schon ganz ordentlich oder die standard auflösung von 640 mal 480 pixeln konnte man beibehalten und dabei die bilder pro sekunde quasi verdoppelten das konnte man damit irgendwie machen durchaus interessant dass es das damals schon gab also man muss sich auch so ein bisschen überlegen es ist ja so ein bisschen graue vorzeit von pc und diesem ganzen spiele krams da drauf ist es nicht so wie heute also von daher schon mal erstaunlich was damals möglich war dann haben die sich da bei 3dfx was ausgedacht eine api eine schnittstelle die gleit heißt und die ist proprietär ist wohl so ein bisschen angelegt an opengl aber ist eben was eigenes was gleit heißt und anders funktioniert und offizielle treiber dafür gab es damals für das beziehungsweise die wurden direkt programmiert über die spiele also man hat keinen extra treiber dafür geladen das war dann direkt im spiel mit drin andererseits gab es auch für verschiedene windows version also die 32 bit windows version windows 95 98 me in t4 2000 xp direkt treiber dafür und ja damit war es eigentlich auch schon wieder zu ende danach gab es die firma eigentlich nicht mehr denn ende 2000 wurde 3dfx eine nvidia verkauft nvidia hat wohl patente übernommen hat namensrechte übernommen 100 mitarbeiter und letztendlich den laden dicht gemacht wahrscheinlich das beste noch rausgeholt was was da so an tollen ideen in der firma drin war aber ja die haben konkurrenten aufgekauft und damit war es dann auch relativ schnell wieder vorbei wenn man das mal guckt von 94 bis 2000 ist jetzt so nicht so wirklich lang ein problem war für andere firmen in der zeit dass nvidia sehr schnell entwickelt hat also sie haben zwei chip generation pro jahr ausgeschmissen auf markt die immer besser wurden und ja da kamen andere nicht mehr hinterher und insofern ist 3dfx auch auf der strecke geblieben die erste 3d beschleunigende karte die ich hatte die basierte auf dem river 128 chip von nvidia und ja die hat irgendwie funktioniert also die hatte vier mb ram für alles zusammen also für wirklich alles ne also zwei dreh 3d das mussten in vier mb alles reinpassen nicht vier gb wirklich vier mb und es hat damit schon funktioniert aber wenn ihr das ganze noch mal ein bisschen genauer gucken möchtet guckt am besten ausgehen bei dem wikipedia artikel zu 3dfx und da drin stehen auch die ganzen unterartikel zu den verschiedenen voodoo karten und was weiß ich also wer sich für so ein bisschen computerhistorie interessiert ist da ganz gut mit dabei und hat eine menge zu entdecken und zu lesen dieses dos box x was ist das überhaupt also mehr oder weniger kann man sagen das ist eine virtualisierung software die alte hardware emuliert also die emuliert verschiedene cpus auch die damals so gebräuchlich waren in dem bereich wo man noch dos benutzt hat und auch die entsprechenden anderen komponenten also wie grafikkarten soundkarten und so weiter und so fort das schöne daran ist dass man dann auch wieder alte betriebssysteme drin laufen lassen kann spiele mit ihren eigenen arten anwendung und so weiter also viele dinge die sich in kvm virtualbox nicht wirklich wohl fühlen und die kriegt man damit weil diese alte hardware emuliert wird auch wieder zum laufen bei dos box x ist ein dos enthalten das passiert auf free dos braucht man nicht weiter zu installieren man soll auch das basierende windows system installieren können also windows 3 1 und was weiß ich was es alles gab 3 0 diese windows für workgroups lidie edition dann die windows 95 98 windows me die millennium edition die soll man dazu installieren können habe ich jedenfalls gelesen ich habe es nicht überprüft und dann soll angeblich auch sowas wie us 2 und alte linux da drin installierbar sein habe ich mir auch nicht angeguckt vielleicht probiere ich irgendwann mal mein erstes linux was ich 1996 als box version gekauft habe da drin noch mal zum laufen zu kriegen die projektseite ist folgende dos box minus x punkt com und der unterschied zur normalen dos box version gibt es auch noch mal als artikel da gucken wir gleich noch mal ein bisschen rein was sich da so geändert hat es ist relativ umfangreich was die bei dos box x im projekt dazu gebaut haben ja also da steckt schon eine menge arbeit drin aufmerksam geworden bin ich durch einen artikel bei genug linux ch also grüße an die kollegen da da findet man häufig sehr interessante dinge und da habe ich gedacht es gibt was ähnliches was wie dos box x aber irgendwie noch mehr kann und dann habe ich da mal geguckt auf die projektseite und habe dann geschaut was kann man damit emulieren also im hinterkopf hatte ich irgendwie dieses dieses voodoo zeugs damals das war irgendwie cool du hast es nie gehabt aber das wäre doch eine tolle sache wenn man es jetzt emulieren könnte und geht das zufälligerweise damit und ja es geht also so bin ich da hingekommen gucken wir uns jetzt noch mal an was es dafür tolle verbesserungen im gegensatz zur normalen dos box version gibt was vielleicht interessanter ist es gibt so ein menü was es im normalen dos box nicht gibt so dass man da sachen einstellen kann man kann auch weiterhin dinge über eine konfigurations datei einstellen aber diese möglichkeit über das menü einzustellen das gibt es beim normalen dos box nicht man kann irgendwie zustände speichern und wieder laden das ist bestimmt auch praktisch wenn spiel zum beispiel keine speicherfunktion hat dann kann man es einfach so abspeichern und dann wieder neu laden ist doch eine coole sache dann kann man image dateien und verzeichnisse als eine festplatte einbinden also so dass das betriebssystem was drin läuft meint aha wir haben jetzt eine neue festplatte oder der wurde ein iso reingesteckt dann haben wir ein neues cd-rom laufwerk und dann kann man das direkt benutzen das geht bestimmt auch über das normale dos box irgendwie aber da ist es auch im menü mit drin es gibt einen optimierten turbo mode den habe ich auch verwendet um was drin zu installieren denn mit dann normal geschwindigkeit dauerte das installieren bisschen lange und dann habe ich diesen turbo modus verwendet der macht es nochmal deutlich schneller die liste ist wirklich lang also ich werde das jetzt nicht alles durchgehen guckt euch das gerne an wenn euch das interessiert also ich werde jetzt noch ein paar sachen rauspicken aber nicht nicht komplett alles durchgehen das ist vielleicht ein bisschen viel emulation für pentium mmx und so weiter dann kann man noch mal ein paar andere systeme emulieren das ist vielleicht vor einiger anwendungen interessant also das beginnt also das untere ende von der fahnenstange ist quasi hier 80 86er beziehungsweise 80 88er ich meine einer von den beiden hat noch einen beschleuniger für fließkommazahlen drin und bis pentium pro 2 und 3 das ist so das obere ende der fahnenstange inklusive der mmx erweiterung da sind so spezielle befehle drin die berechnung deutlich beschleunigen können war auch eine zeit lang mal interessant wahrscheinlich gibt es die gibt es mmx immer noch in den cpus wird ja eher selten aussortiert sowas wichtig ist natürlich auch verschiedene grafikkarten und video auflösung modi zu emulieren die man je nach spiel auch wirklich braucht denn es wurde ja damals alles direkt programmiert es gab keine treiber die das irgendwie abstrahiert haben sondern man hat die programmierung direkt in den einzelnen spielen gemacht und je nachdem was für ein spiel das war hat es denn vielleicht vga ega cga unterstützt und wenn man dann keine passende grafikkarte hat dann hat man entweder nichts gesehen oder sah einfach furchtbar aus und da emuliert das box x wohl mehr als das normale das box wenn man jetzt wirklich viel hat kann man ja auch größere disk images also virtuelle festplatten verwenden die größer als 2 gb sind und es gibt unterstützung für lange dateien namen ansonsten sind dateien limitiert auf 8 zeichen plus 3 zeichen für die endung was es auch hier jetzt gibt ist eine zwischenablage interessant vielleicht durchaus praktisch wenn man mit zu richtigen programmen umgeht die keine spiele sind so eine zwischenablage wäre bestimmt was feines dann das mausrad zu feiltasten um emulieren auch eine nette idee disk images also virtuellen festplatten verschiedenen formaten vhd hdi qk2 qk2 ist von qemu kvm aus dem bereich vhd das kann man glaube ich auch mit virtualbox generieren oder exportieren naja also sowas kann man auch damit machen dann kann man verschiedene audio formate nehmen also früher gab es auch spiele wo so eine hybrid cd war der datenanteil wo denn bilder drauf waren die spiel logik und so weiter das war in so einem datenbereich auf derselben cd und dann gab es noch diese audiospuren und die audiospuren wurden im hintergrund abgespielt von dem cd laufwerk was man gehabt hat denn das abspielen von der audio cd hat den durchaus besseren klang als das was die meisten soundkarten damals konnten und das brauchte keine cpu zyklen die nicht so im überfluss vorhanden waren also von daher gab es einige spiele wo das so gemacht wurde und man kann so eine cd die so ein hybrid cd ist nehmen und da kann man die einzelnen audio tracks rausnehmen und kann die in verschiedenen formaten wie flack mp3 wave oc oder opus abspeichern und das kann man da drin denn irgendwie verbasteln so dass man die original cd nicht mehr braucht dann haben wir verschiedene skalierungsmethoden damit man das ganze ein bisschen hoch skalieren kann und was mich ja überhaupt auf dieses video gebracht hat mich damit mehr zu beschäftigen ist hier der 3dfx voodoo chip und glide lässt sich emulieren ja darum sind wir überhaupt heute hier und netzwerkkarten kann man auch emulieren dazu habe ich glaube ich habe ich dazu ein video gemacht kommt mehr also ich habe auf jeden fall ein bisschen damit rum gespielt mit netzwerkkarten unter dos also ende 2000 auch schon uralt da gab es treiber für und ja genau netzwerken unter dos ja und dann gibt es wirklich noch eine menge mehr tolle sachen die man sich mal angucken kann und wie das projekt selbst schreibt es gibt noch viel 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 mehr damit wir natürlich auch ein bisschen was sehen können brauchen wir ja noch irgendwie ein spiel oder sowas man findet demo version von diesen alten doch spielen mit gleit mit 3dfx unterstützung im internet gefunden habe ich jetzt auf die schnelle einmal tomb raider von 1996 dann habe ich auch gefunden ein anderes tomb raider das ist irgendwie kein komplettes demo es fragt nämlich nach und wo ist jetzt deine cd und die cd habe ich nicht elder scrolls adventure red guard das war eigentlich einsortiert als ein dos spiel aber es scheint irgendwie windows spiel zu sein ja also von daher von den sachen die ich auf die schnelle gefunden habe ist bloß noch tomb raider übrig geblieben aber wenn ihr jetzt mal guckt nach dos 3dfx voodoo dann findet ihr bestimmt eine ganze menge dann gibt es auch noch eine reihe von demos direkt von 3dfx sind wo wohl tolle funktionen vorgestellt werden gibt es unter dem link ist allerdings alles bloß für windows genau guckt es an probiert es aus wenn ihr es meint es gibt auch videos von denen diesen demos dass ihr mal gucken könnt wie es aussehen soll beim installieren habt ihr je nach distribution die ihr einsatz verschiedene möglichkeiten es gibt einmal die flat hub version also für flat pack könnt ihr es aus flat hub runterladen und installieren dann je nachdem was für eine distribution ihr habt ist eventuell schon so ein dos box x paket über eure normale paketverwaltung verfügbar bei debian ist es aktuell noch nicht drin aber in debian 13 in trick sie wird es drin sein in unstable ist es jetzt schon drin also von daher ist die wahrscheinlichkeit groß dass es im kommenden debian 13 mit drin sein soll ich habe jetzt den weg mit selbst kompilieren gewählt und ich orientiere mich mit dem was ich hier unten gemacht habe an dem artikel von gnu linux ch da war so was ähnliches drin ich habe das ein bisschen umgeschrieben für mich so ein bisschen angepasst weil ich das teilweise ein bisschen anders haben wollte ich lege erstmal ein neues projekt verzeichnis an wechsel da rein das heißt bei mir einfach dos box minus x wir können das auch anders benennen je nachdem wie es haben wollt dann besorgen wir uns den quelltext das hier ist der link zu der dos box x version je nachdem wenn es eine neuere gibt müsste das ganze ein bisschen anpassen doch guckt dann einfach auf das github projekt drauf und guckt denn was gerade aktuell ist und passt das entsprechende an genauso natürlich auch hier den namen anpassen und das verzeichnis was nach dem entpacken was mit dem tar xf vz geschieht hier rein wechseln müsste auch ein bisschen anpassen beim bauen habe ich mich daran orientiert was in dem gnu linux ch artikel so drin steht und das installieren passe ich so ein bisschen an ich mache mir ein neues installiert verzeichnis und darin lasse ich diese dateien verzeichnis installieren so dass ich das sauber getrennt habe und dann gehe ich da einmal rein in das bin verzeichnis usa bin verzeichnis was da drin ist und starte das box x das ganze sieht denn so aus bzw für mich ist es deutlich kleiner also ihr seht das ganze jetzt deutlich größer als ich aber wir haben hier diese menü zeile da kann man verschiedene unterpunkte auswählen ja also dinge die wir auch gerade schon in dieser feature übersicht gesehen haben die ich teilweise vorgetragen habe also hier findet sich dieser turbo modus da können wir jetzt verschiedene bildschirm auflösung einstellen also 4 zu 3 wird für das spiele üblicherweise das sein was man haben möchte und hier können wir ja noch einstellen wie das ganze skaliert werden soll also ich kann einfach das fenster so ein bisschen größer ziehen dann haben wir ganz viele tolle optionen die man hier noch wählen kann hier kann man die 3dfx emulation einstellen einmal die interne voodoo karte oder falls wir jetzt eine vorhandene hätten könnte man wahrscheinlich das direkt so in die richtige 3d beschleunigungs oder grafikkarte reinschieben die das denn für uns rendert aber in mangelung einer solchen karte kann ich das nicht machen von daher bleiben wir bei internal voodoo kart interessant wird es denn hier da kann man laufwerke definieren unter dos bzw windows haben die einzelnen laufwerke die entweder eine komplette festplatte sind oder eine diskette oder ein cd laufwerk eine dvd oder sonst irgendwas die haben einen buchstaben oder das können auch partitionen sein auf derselben festplatte also man kann zum beispiel laufwerk 10 als die erste partition auf einer festplatte haben und laufwerk die denn die zweite partition auf derselben festplatte ja aber man kann hier jetzt wenn ich da jetzt mal so drauf gehe da haben wir so optionen und ich kann jetzt hier sagen ich möchte oder ich gehe einmal rein die ich muss ein ö drücken weil es eine englische tastatur ist also die und großes um den doppelpunkt zu kriegen damit ich so auf laufwerk die wechsle und er sagte mir aha da haben wir nichts du musst das erst mountain und das mache ich hier drüber ich maute mir jetzt als festplatte als hard drive ein verzeihnis was ihr da nicht seht und sollte auch nicht mal verzeihnis bauen finde ich ganz okay so und da habe ich schon mal was vorbereitet was ihr jetzt auch nicht sehen könnt da steht jetzt dass das laufwerk die vorbereitet wurde mit dem verzeihnis wo ich ein paar sachen reingeschmissen habe und wenn ich jetzt wieder die großes öl beziehungsweise doppelpunkt mache dann habe ich jetzt hier meine festplatte eingebunden mit dir kann ich mir den inhalt angucken das ist sowie ls unter linux und unter dos heißt das dir für directory dann mit cd wechsle ich in ein verzeihnis rein das ist wie unter linux und was hier funktioniert ist die erweiterung also ich brauche bloß ein t zu tippen und sage den tabulator und dann wird das ergänzt und dann gucke ich wieder rein mit dir und da habe ich denn ja mein dot spiel das ist ist wie heißt das überhaupt ist das einfach tomb raider 1 ich glaube das ist einfach das allererste so das passt ja sogar noch ganz gut auf den bildschirm so jetzt kommen wir zum punkt ton damit ich auch was höre nehme ich diese form schönen stöpsel wobei ich einen von denen letztens ist mein tee getrunken habe mal gucken ob beide seiten noch gehen also ich kann mit den pfeiltasten hoch und runter gehen und hat diese menüpunkte auswählen und wenn ich jetzt einfach mal hier test auswähle und return drücke sagt die lara dass die gerne loslegen möchte also die treiber waren damals auch direkt im spiel mit drin und man musste dann für verschiedene grafikkarten soundkarten und so weiter direkt programmieren von daher gab es üblicherweise auch so ein setup programm zu den einzelnen spielen dazu wo man denn eingestellt hat was man als hardware verbaut hat und soundblaster 16 beziehungsweise aw32 das war damals schon schon ganz okay da kommt schon ein oligaton raus ich hatte so eine 8 bit mono karte die sehr stark gerauscht hat irgendwann gab es später mal was besseres aber am anfang hat das ganze auch sehr gerauscht und es war eben bloß mono hat 100 mark mit handbuch gekostet gucken wir einmal was gibt es noch also das war hier was damit so unterstützt wurde also ich hätte damals gab soundblast dass die mono karte pro ist denn schon die stereo karte aber auch bloß 8 bit also es klang so oder so nicht so gut aber immerhin stereo und dann gab es noch so ein paar andere hier gravis ultrasound beziehungsweise max das waren eher so diese edel karten hier auch eigene cpu ist da drauf hatten die unabhängig von dem spiel ton berechnen konnten und denn die eigentliche cpu entlastet haben das war ziemlich cool da gab es auch so ein wavetable drauf also wie man es vielleicht noch heutzutage von den keyboards kennt da sind so chips drin wo instrumente abgespeichert werden so dass es möglichst genauso klingt wie das echte instrument also dann kann man damit ein klavier spielen oder auch eine e-gitarre irgendwie sowas und das klang deutlich besser als was man sonst so hatte und dann gibt es auch noch adlib das war mir so ein furchtbares bling bling ja gut aber mit der karte sind wir ganz gut dabei von daher continue so safe settings aber sicher so jetzt sind wir wieder zurück so to 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 so jetzt sowas gab es damals und das ist jetzt quasi hardware beschleunigt also es wird heutzutage umgesetzt mit ach das läuft sogar alleine dann brauche ich euch ja gar nichts zu zeigen wie ich schlecht spiele denn ich hab's also ich hab's probiert und ich das sah nicht das sah nicht gut aus gucken wir uns einfach das Video an und hundliebhaber müssen wir weg gucken nein ein Bär ach ist schon vorbei ach Mendo na gut ähm dann wenn ich da doch nochmal ein bisschen rumstümpern Controls also Tastenbelegung so hoch runter rennen es also die gute Lara rennt immer also vor zurück links rechts Schritt nach links halt hallo ok ähm wieso auch immer das fehlt geht also es wird gleich nicht unbedingt gut aussehen wenn ich das probiere es ist auch relativ dunkel so wir wissen ja hier kommen hunde und so springt sie und gegen licht ganz fies bei ja die Hunde haben wenig gefühlt oder so was ich glaube ich habe es geschafft ich sehe fast nichts ne das lässt sich leider auch nicht größer ziehen so hoch ok ja tut mir leid aber er war hungrig so dann haben wir hier so ein Wasser und da sollte man echt nicht bei Sonne spielen also ihr seht es besser als ich da bin ich mir sehr sicher und also oben ist auch dieser wo bin ich Laura wo bist du ist es da zu Ende oder nicht ich sehe kein ich sehe kein Stück ja hm muss doch irgendwo hell sein oder da hä so da können wir noch einmal wieder ich finde auch nicht mehr mehr den Ausgang ja schlechte Let's Plays gibt es hier manchmal auf dem Kanal und gut das war's macht es besser ihr findet ja den Link direkt in den Folien wo man die Systeme runterladen kann ihr könnt es gar nicht schlechter machen behaupte ich jetzt einfach mal vor allem sucht euch einen Raum wo es nicht so hell ist wo ihr ein bisschen was seht das hier ist echt suboptimal ja aber was wir gesehen haben es funktioniert ja das war's denn für dieses Mal ich hoffe es hat euch ja gefallen einfach mal wieder so ein bisschen Blick über den Tellerrand gegeben was man alles so machen kann dass man auch wirklich alte Spiele Software auf moderne Hardware mit Emulation zum Laufen kriegt und auch ich sage jetzt mal exotische Hardware emulieren kann sodass das denn läuft wie es damals war vielleicht sogar besser ja also von daher probiert es gerne aus lasst es bleiben spielt es besser als ich wenn ihr es ausprobieren möchtet und natürlich hier Glocke drücken und ja bis bis dann und tschüss